Die Türkei in die Europäische Union Ich bin ja auch hier in Deutschland und auch Türkei spielt ja schon bei der EM mit und ich denke auch, dann könnten sie auch in der EU mitmachen, weil die haben schon so viel mit Europa zu tun, dann habe ich eigentlich nichts dagegen. Ich finde, dass Türkei zur EU dazugehören kann, weil wenn sie die Ansprüche erfüllen, dann warum sollen sie dann nicht dazugehören? Eigentlich sind sie dafür, solange sie keine Schulden mit sich bringen. Also ich bin für den Beitritt von der Türkei in die EU, weil ich finde, dass die Leute aus der Türkei schon voll dazugehören und da leben ja auch hier viele und ich finde, dann sollten sie richtig dazugehören. Ich bin dafür auch, weil Türken auch hier viele leben und es ist ganz schön dort und haben es auch verdient, in die EU zu kommen. So, das war jetzt unsere Umfrage. Komisch irgendwie, dass die ganzen Winner dafür waren. Ich dagegen komme aus der Türkei und bin völlig dagegen. Schon allein, weil die türkische Regierung meiner Meinung nach sehr nationalistisch ist und ich mir nicht vorstellen kann, dass sie in der EU auf Kompromisse eingehen werden. Was sagt ihr dazu? Soll die Türkei in die EU eintreten oder nicht? Ich zeige, bitte schön. Deine Wirkung beeindruckt'm Bennet tú Be brushing خ